Der kleine Nick sucht nach seinen Eltern. Er wartet vor dem Ufff. Äh, äh, ihre Tittis sind extern. Ich meine, Nick, seine Eltern, springt nicht vom Beckenrand rein. Manchmal sind Badegäste zum Ausrasten. Und diesmal ist die Kellnerin Pseudo-Mona-Lisa ausgerastet. Diese verwöhnte Badebesucherin ist aber auch sowas von unmöglich. Zuerst bestellt die Göre Obst, welches gar nicht auf der Speisekarte ist, an ihren Liegeplatz und dann regt sie sich auf, dass die Deko auf dem Obstteller ihr nicht gefällt. So einer unverschämten Person muss man mal einfach ein bisschen Charme beibringen. Denkt sich Pseudo-Mona-Lisa. Sie erreißt der Besucherin ihr Bikini-Oberteil weg. Opa hat's zum Glück nicht gesehen und auch nichts gehört. Der teuflische Bär ist schadenfreudig. Und der Junge schaut neugierig auf. Hallo zusammen und willkommen zum Meditrick über die Otitis externa. Hier die äußerst unangenehme Szene im Schwimmbad. Die Kellnerin hält die Luxus-Badebesucherin nicht sehr gut aus. Er reißt ihr akut das Oberteil weg, worauf der etwas überforderte Bademeister verkündet. Oh, ihre Titis sind extern. Für Otitis externa. Die akut verlaufende Otitis externa, hier die akute Externalisierung von Brüsten, ist mit 95% die häufigste Form der Otitis externa. Die chronische Form kommt deutlich seltener vor. Dazu später mehr. Die Ohren der betroffenen Badegästin rauchen schon vor Scham, da es sich bei der Otitis externa um eine Entzündung des äußeren Ohres am häufigsten des äußeren Gehörgangs handelt. Die Entzündung liegt meist einer bakteriellen Infektion zugrunde. Die infektiösen Ursachen der Otitis externa sind an der Kellnerin dargestellt, die auch im Meditrick die Ursache der externen weiblichen Brüste ist. Das Gesicht der Kellnerin mit ihren Farben, die etwas blass sind und grünlich, soll an die Mona Lisa von Leonardo da Vinci erinnern. Sie ist also quasi eine Pseudomonalisa und soll an den Keim Pseudomonas aeruginosa erinnern. Pseudomonas aeruginosa ist der häufigste bakterielle Erreger der Otitis externa. Auf dem Tablett sind außerdem blaue, also gram-positive Trauben zu sehen, die für den bakteriellen Erreger Staphylococcus aureus stehen. Staphylococcus aureus ist ein Kokus, deshalb rund, und ordnet sich mikroskopisch in Traubenmanier an, daher die Trauben. Staphylococcus aureus ist ein weiterer häufiger Erreger der Otitis externa. Wie das Setting der Szene im Schwimmbad verrät, ist der vielleicht wichtigste Risikofaktor ein warmes, feuchtes Klima, wie es in Schwimmbädern anzutreffen ist. Wird eine Otitis externa im Schwimmbad akquiriert, spricht man von einer Schwimmbadotitis. Ein weiterer Risikofaktor an Otitis externa zu erkranken, ist am Krebsbademeister zu sehen. Er putzt sich das Ohr mit einem Wattestäbchen. Verletzungen im Ohr prädisponieren zu Infektionen. Und die immer noch häufig zur Ohrschmalzentfernung benutzten Wattestäbchen sind oft an Mikroverletzungen schuldig, die dann in Folge zu einer Otitis externa führen können. Dabei ist immer wieder gezeigt worden, dass Wattestäbchen nur Nachteile verursachen. Der Ohrschmalz wird durch die Wattestäbchen tiefer ins Ohr reingedrückt, verhärtet sich oft, führt zu Schwierigkeit, man hat ein erhöhtes Infektionsrisiko und im schlimmsten Fall führen Wattestäbchen zur Trommelfellperforation. Vorteile hat es also medizinisch gesehen gar keine. Also am besten nicht verwenden, auch um keine Otitis externa zu bekommen. Fun Fact übrigens, man geht interessanterweise davon aus, dass Wattestäbchen für viele Menschen so angenehm sind, da es den Nervus vagus reizt. Okay, jetzt aber weiter zum Thema. Die Klinik der Otitis externa siehst du an den Badegästen im Pool dargestellt. Das wichtigste Symptom sind meist einseitige stechende Schmerzen im Gehörgang. Die Lautsprecherdurchsage dröhnt hier in den Ohren des Fieberbärs, der sein eines Ohr mit schmerzverzerrtem Gesicht zuhält. Seine andere Hand wird gerade gebraucht, um sich zu kratzen. Juckreiz im Gehörgang ist ein weiteres typisches Symptom der Otitis externa. Der Rentner zeigt ein weiteres klinisches Zeichen der Otitis externa an. Es kommt zur Rötung und Schwellung des äußeren Gehörgangs. Seine etwas aus der Mode geratene, rote und große Hörhilfe, ein Hörtrichter, verkörpert den oft geröteten, geschwollenen äußeren Gehörgang, der für die Otitis externa typisch ist. Der Opa scheint trotz Hörtrichters nicht sehr viel zu hören, was vielleicht daran liegt, dass der Gute das Ding vielleicht mal reinigen sollte. Aber am besten nicht im Schwimmbad, denn es tropft gelber Eiter aus dem Hörtrichter heraus. Seine gelbe Autorö verbildlicht einen eitrigen Urausfluss. Wenn wir unsere Schallkamera anschalten, sehen wir auch ohne Zweifel, dass der Opa nicht sehr viel hört. Die Schallwellen prallen am verstopften Hörtrichter wieder ab. Die Otitis externa verursacht klassischerweise eine Schallleitungsschwerhörigkeit. Daher der Schall, der hier abprallt. Kommen wir nun zu den Komplikationen. Man sollte zügig behandeln, sonst kann sich die Infektion schnell ausbreiten. Die Infektion kann sich auf die Parotisregion sowie im schlimmsten Fall auf das Mastoid ausbreiten. Der Fieberbär hat gerötete und geschwollene Bäckchen, um an eine potenzielle Ausbreitung in die Parotisregion zu erinnern. Und er steht am roten, entzündeten Mast seines Schwimmbadbootes, um an das Mastoid zu erinnern, welches betroffen sein kann. Eine Ausbreitung der Infektion führt oft zur lokalen Lymphknotenschwellung, woran seine Lymphknotenhalskette erinnert. Dass diese Ausbreitung am Fieberbären zu sehen ist, ist kein Zufall. Die Ausbreitung der Infektion geht manchmal mit Fieber einher. So, kommen wir auf den verstörenden Psychobären in diesem Meditrick zu sprechen, der aus irgendeinem Grund es geschafft hat, eine Sense ins Schwimmbad zu schmuggeln. Aber ja, die externen Brüste sind dem Bodymeister aufgefallen. Ein brennender Bär mit Psychogrinsen und Sense fällt nicht auf. Alles klar, du machst deinen Job super. Naja, das teuflische Grinsen des Bären erinnert an die Otitis externa maligna. Einer gravierenden, schnell verlaufenden Sonderform der Otitis externa. Seine besonders heftig brennenden Ohren zeigen, dass bei dieser Verlaufsform die Infektion und die Entzündung sich sehr rasch ausbreiten und potenziell eine Taubheit verursachen können. Der brennende Knochen in seinen Haaren steht für eine Ausbreitung auf den Knochen, also für eine Osteomyelitis. Diese Ausbreitung kann sogar den Nervus facialis lähmen, was die Lähmung seines Gesichtes in typischer facialis-Parese-Manier deutlich macht. Die Infektion und Entzündung kann auch zu Nekrosen führen, was die schwarze Nekroserose zeigt. Der zweite Name der Erkrankung ist auch Otitis externa nekrotikans, weil diese Nekrosen so dominant sein können. Was immer die Absichten des teuflischen Bären mit der Sense sind, es wird vermutlich anstrengend, denn der teuflische Bär hat sich mit einem Snack versorgt. Seine Honigliebe soll dich an einen wichtigen Risikofaktor für diese Verlaufsform erinnern. Diabetes mellitus prädisponiert zu dieser gravierenden Verlaufsform, also zu dieser Otitis externa maligna. Generell immungeschwächte Patienten tendieren zu dieser gravierenden Verlaufsform, weil das Immunsystem logischerweise nicht da ist, um die Infektion zu bekämpfen. Und seine Sense ist Sinnbild für den Tod. Tatsächlich kann die Otitis externa maligna tödlich enden, wenn sich diese Infektion rapide ausbreitet und nicht schnell behandelt wird. Was echt heftig ist. Also man würde meinen, dass eine Otitis externa nicht tödlich enden kann. Die Diagnostik der Otitis externa kann am Jungen gesehen werden, der den Vorfall neugierig beobachtet, was seine Mutter unterbinden möchte. Ein Zug der Ohrmuschel nach hinten oben kann den Schmerz bei Otitis externa typischerweise auslösen. Die Trage, auf der der Junge liegt, erinnert an den Tragus-Druckschmerz, also dem Schmerz, der bei Druck auf den Tragus entsteht. Die Otoskopie zeigt den Befund an, den wir schon am Rentner besprochen haben, also die Rötungsschwellung und Otorü. An der Physiotherapeutin, die gerade dem Rentner bei seinem Sport hilft, ist zuletzt die Therapie zu sehen. Begonnen sollte mit der sorgfältigen Reinigung des Gehörganges. Wichtig dabei ist, dass man keine Ohrspülung durchführen darf, weshalb sie den Spül lappen und das Ohr wegkickt. Die Ohrspülung könnte nämlich zu einer Trommelfellperforation führen. Es sollte nur mit einem Sauger gearbeitet werden. Und die Physiotherapeutin hat auch einen Staubsauger mitgebracht, mit dem sie vermutlich den Hörtrichter des alten Mannes reinigen möchte, damit der Gute endlich wieder ihre Anweisungen versteht. Gegebenenfalls sollte man auch täglich reinigen. In der Tasche sieht man außerdem eine Alkoholflasche, die wahlweise dem frustrierten Rentner und der frustrierten Physiotherapeutin Trost spenden soll. Die Alkoholflasche soll an die antiseptische Behandlung mit Alkohol erinnern, die jedoch nur erfolgen kann, wenn das Trommelfell intakt ist. Zuletzt sollten auch Antibiotika gegeben werden, zum Beispiel Ciprofloxacin. Ciprofloxacin siehst du an den citrusgelben Flocken für Ciprofloxacin. Die Schneeflocken, die wenigstens lokal die Nippel der guten betroffenen Dame bedecken, dienen als Merkhilfe, dass bei unkomplizierten Verläufen, also den meisten Fällen, eine lokale Antibiotikatherapie mit Ciprofloxacin ausreicht. Nur bei Komplikationen und Sonderverlaufsformen wie der Autetis externer Nekrotikans muss natürlich systemisch therapiert werden, was die Ciprofloxacin-Infusion des teuflischen Beeren zeigt. Bei älteren Diabetikern und immunsupprimierten Patienten kann eine systemische Therapie auch von vornherein erfolgen. So, das war der Basisteil.